THQ Nordic und Piranha Bytes Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem Deutschunterrichtsstunden Gedönsteildingens und ein herzliches Willkommen natürlich zu einem neuen Let's Play und zwar Elex Ja es sollte jetzt eigentlich Gothic kommen Warum kommt Gothic nicht? Sagen wir es so, ich habe es unter Windows 10 mit Krampf zum Laufen gekriegt aber sobald ich eine Aufnahme dazu starte Egal ob mit Discord natürlich mit der Xtory, mit Fraps mit XSplit, mit OBS mit dem Nvidia Capture Tool Es funktioniert nicht mehr Es startet nicht mehr oder wenn ich vorher das Spiel starte und dann die Software stützt das Spiel ab und ich wieder rein tabbel Ich arbeite dran Und nein Deskauf damit auch nicht funktioniert So Ähm Das heißt wir spielen erstmal Elex weil das steht auch schon ewig auf meinem Plan Übrigens auch bei Risen 3 Ja Ich habe Elex gekauft als es rauskam Habe es 3 Stunden gespielt und dachte mir Das let's playst du Hat nur 3 Jahre gedauert oder 4 oder 5 Wann kam Elex raus? Ich weiß es nicht mehr Das war kurz bevor ich nach England gegangen bin oder das müsste 4 Jahre her sein Egal Wir starten natürlich ein neues Spiel aber erstmal mache ich den Sound leiser Oh Oh Okay Vielleicht klingt es auch nur für mich gerade lauter So Ähm Ich würde sagen wir gehen das entspannt auf Ähm Bäh Entspannt auf normal an Der Planet Madala Unsere Heimat Vor 160 Jahren wurde sie durch ein Meteoriten ein Schlag fast vollständig zerstört Es gab Überlebende die sich aus den Ruinen der alten Welt wieder neu erhoben Die schwachen Klonen in die Wildnis wurden größtenteils dezimiert oder versteckten sich hinter dem Schutz der neu formierten Gemeinschaften Die Staaten kämpften um die knappen Rohstoffe und Waffen die die alte Welt ihnen hinterlassen hatte Doch der Meteor brachte nicht nur Zerstörung Auch ein neues bisher völlig unbekanntes Element kam auf unsere Welt Elex Es verlieh den Menschen unglaubliche Macht und die Fähigkeit übermächtige Technik zu entwickeln und viele Arten von Magie zu wirken Doch das hatte seinen Preis Elex in seiner reinen Form führte zu Degenerationen der vegetativen Systeme des Körpers Diejenigen deren Geist stark genug war konnten diesen Verfall überwinden und wurden zu emotionslosen und synthetischen Abarten der Gattung Mensch Sie nennen sich selbst die Alps Es dauerte nur wenige Jahre bis die Alps stark genug waren um den Rest der freien Menschen zu jagen und ihre Existenz zu bedrohen Seither führen wir einen erbitterten Krieg gegen ihre Ausbeutung und Tyrannei Einer der Alps ein aufstrebender und siegreicher Feldherr ist der effektivste unter ihnen wir nennen ihn die Bestie von Xarko die Bestie von Xarko also wenn es nach einem Schuss schon zu zerfällt Na dann Mahlzeit aber hier sieht nach einem guten Ort von Picknick aus und Lagerfeuer haben wir auch schon die aus dem Schuss die Bögen oder die Bögen die Bögen der wenige die Bögen Äh, brauchst du den nicht noch? Äh, hoppla. So erfüllst du also deinen Auftrag. Du kennst unsere Direktive. Du weißt, es gibt nur eine Konsequenz für dein Versagen. Ähm... Okay, unsere Rüstung ist weg. Die hätte der Typ wahrscheinlich geklaut. Oder die Soldaten haben die noch geklaut. Okay, erstmal eine kleine Heilpflanzer noch einpacken hier. Noch ein kleines Heilkraut. Wir haben eine Minimap. Anders als bei Origins. Gott sei Dank. Bist du in das... Nee, bist du in der Blume? Okay. Verdammt, mein Schädel. Wenn ich überleben will, muss ich mich beeilen. Ohne eine geeignete Waffe bin ich erledigt. Ich habe hier fünf Pfeile. Aber wo ist der Bogen dafür? Wenn es auch deinen Bogen gibt. Ähm... Kurze Anmerkung am Rande. Ich habe Elex schon mal gespielt. Drei Stunden. Wie gesagt, ich weiß, es gibt drei Fraktionen. Ich weiß noch nicht, welche wir uns anschließen. Dann müssen wir schauen einfach mal, was wir alles finden. Okay. Ah, okay. Okay, hier geht es raus. Da wollen wir erstmal nicht raus. Ich möchte mich erstmal hier nochmal umsehen, weil ich habe die Pfeile. Aber wie gesagt, mir fehlt der Bogen noch. Ich habe jetzt auch noch eine Heilpflanze. Sehr schön. Wo ist Ducken hier? Okay. V ist unsere Attribute. Ähm... Hier unsere Skills. Wir haben keine Punkte gerade. Wir haben eine Eisenstange. Aber wir haben nichts... Ja, wir haben fünf Holzpfeiler. Zwei kleine Heiltränke. Ein Kraut. Zwei Pflanzen. Okay, wir können später auch craften. Quasi Alchemie. Ähm... Aber hier raus geht es anscheinend nicht. Okay, wir können sprinten. Ist hier oben noch irgendwas. Ist hier oben noch irgendwas? Ist die gerade respawned? Oder... Nee. Die erste, die ich geholt habe, ist auch nicht respawned. Okay, die habe ich einfach nur übersehen bislang. Äh... So. Wir haben die Pfeile, aber noch immer keinen Bogen. Oh, noch ein Giftklaut. Hm. Feuerkraut. Ich bin gespannt, was das denen alles machen kann später. Aber entweder bin ich gerade wahnsinnig blind oder es gibt keinen Bogen hier. Ich bin gespannt, was ich hier sehen kann. Okay, ich glaube, wir müssen natürlich ein bisschen was am Sound einstellen, denn die Stimme ist etwas leise. Aber es ist halt... So sollte es besser sein, glaube ich. Äh... Grafik ist... Ja, komm, es ist auf Maximum. Ich muss die Video-Einstellung noch prüfen. Ja, reicht. Ich kann es nicht auf 144 Hertz hochgehen, das ist die Aufnahme sowieso nicht. Wir nehmen sowieso auf 30 auf. Von daher... Passt schon. Äh... Noch eine Mana-Pflanze. Ich höre irgendwas Wildes. Und ich sehe den roten Punkt auf der Karte. Oh Gott. Glück Ausdauer kannst du doch leichter und schwerer Angriffe und akkombinieren. Okay. Wir müssen irgendwas mit dem Sound machen. Die Stimmen können voll bleiben. Die Umgebungs-Lautstärke war noch etwas leiser. Die Fakt-Lautstärke auch. Ich hoffe, es wird eine gute Mischung. Aber... Ihr könnt noch gerne Kommentare schreiben, wenn ihr persönlich findet, dass etwas zu leise oder zu laut ist, dann... Ich bin von einem freien Menschen kaum noch zu unterscheiden. Ist auch eine Folge meines Elex-Entzugs. Keine Energiespeicher. Keine Haltung inzwischen. Und er sagt ja gerade schon, er sieht anders aus als früher. Ne. Ach, deswegen Alp, wegen Albino, weil sie früher weiß waren, oder was? Ähm, was gibt es hier oben Schönes? Keinen Durchgang. Hm. Hm. Ich höre hier irgendwas, und es gefällt mir nicht. Hm. Wo ist es doch? Oh, keine Ausdauben, ja. So. Soviel dazu. Oh, Elex. Wasserflasche. Noch mehr Pfeile. Aber man hat das Abenteurer's Heiltrank. Ich habe noch immer keinen Bogen. Die ist angelegt, ja. Was gibst du? Schlosserknacken 1, Rüstung 5. Na, geht. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht, in welcher Relation die einzelnen Werte stehen. Wenn es Gothic-typisch ist, ist es nicht übel. Das ist okay. Ich hab natürlich auchning. Oh, mein Gott. Erнул mal anhält, ist nicht übel. Es gibt melancholivende Werte Chronikorin. und wortoust Battery ist, eigentlich. Und wenn es die Sicherheitszie thirst Sohn ist, Bis zum nächsten Mal. Und das hier den Katzen,